Man sollte sich darauf einstellen, dass wir dann Bewegungen sehen werden innerhalb von Stunden, die wir so in unseren Lebzeiten gesehen haben. Sowohl beim Ölpreis als auch beim Goldpreis. Und das Problem ist, wenn das passiert, können Investoren nicht mehr handeln. Edelmetallfreunde, es ist mir eine große Freude, besonders nach dieser Vorgeschichte, heute einen guten Bekannten zu begrüßen, Dr. Uwe Bergold. Hallo Uwe, schön dich zu sehen, finally. Es sieht so aus, als hätten wir sehr spannende Zeiten bei den Edelmetallen und Minenaktien vor. Vielleicht ist ja eine große Gold- und Minenhause direkt in den Stadtlöchern. Schön, dass du da bist. Freut mich, Jan. Freut mich sehr, dass wir uns wieder sehen nach der Edelmetallmesse, nach der Neuen. Und ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich habe meinen letzten Marktkommentar darüber geschrieben, dass wir 2024, wird aus meiner Sicht, wieder ein Jahr für die Geschichtsbücher werden. Nach 2021, 2028 und 2020 die ökonomischen Frühindikatoren, die deuten ganz klar darauf hin, auf eine Kontraktion für 2024. Dieses Mal glaube ich, dass es inflationär das Problem wird wegen der Kontraktion aufgrund der Eskalation im Nahen Osten. Und wie gesagt, der Gold als Inflationsseismograph sollte hierbei als erstes mehr oder weniger darauf reagieren, uns das Wahnzeichen geben. Deshalb bin ich sehr, genauso wie du, sehr, sehr optimistisch für Gold, für die Minen, für den gesamten Rohstoffsektor im Jahr 2024. Du hattest ja schon mal einen sehr guten Riecher im Jahr 2000. Das kann man in deiner Vita bei Goldseiten auch nachlesen. Schon damals hast du die große Goldhause antizipiert und lagst ja vollkommen richtig. Schauen wir uns mal den Goldpreis an, denn die Minenaktien sind logischerweise Derivate der zugrunde liegenden Rohstoffe. Hier mal der Goldpreis. Wir sehen hier einen Goldpreis von Anfang der 70er Jahre. Eindeutig, wir haben nominal das Hoch von 2011 überschritten. Wir konsolidieren heute gerade ein bisschen, wir sehen es hier. Also das sieht sehr gut aus, zumindest nominal. Aber interessant auch, das mal inflationsbereinigt zu betrachten. Und dann ist es gar nicht so euphorisch zu sehen. Hier ist dieser inflationsbereinigte Chart. Und wir sehen, CPI bereinigt haben wir das Hoch von 1980 noch gar nicht überschritten. Das heißt, die Aussichten, wenn man sich umsieht, ich denke, die sind sehr gut. Und im Prinzip hat das Gold noch gar nicht so viel gemacht, oder? Ja, das Problem ist bei dieser Grafik hier, du vergleichst die offiziell staatliche Inflation, CPI-Berechnung mit der, sag ich mal, marktbewerteten Inflation, der Goldpreis. Weil letztendlich ist der Goldpreis drückt nichts anderes aus, wie die Inflationierung der Papierwährung, mit der du Gold bewertest. Und wie gesagt, vor 1971 hat mehr oder weniger war der Goldpreis gefixt. Der CPI oszillierte um den Goldpreis. Aber letztendlich war es zur damaligen Zeit wirklich so, der Goldpreis hat mehr oder weniger die Inflation wiedergespiegelt. CPI haben es nur leichte Auf- und Abschwinge, je nach Konjunkturentwicklung. Und ab 1971, wie gesagt, haben wir die Goldaufdeckung gehabt. Seitdem geht der Goldpreis senkrecht bis 1980. Jetzt haben wir hier ein Problem bei der Darstellung. Ab 1983 wurde die Inflationsbereitung bei den Amerikanern sukzessive geändert. Und die schlimmste Komponente, die größte, ist die mehr oder weniger die Komponente, wo sie dann die Qualitätsbereinigung über Hedonik machen. Auch in Deutschland eingeführt worden mit dem Euro 2002. Deshalb sehe ich hier ein Problem, wenn man zum Beispiel unter www.shadowstats geht. John Williams, so stellen wir fest, dass die offizielle Inflationsrate nur ein Drittel von dem ist, was die alte Berechnung war vor 1984, 1983. Das bedeutet, wenn man jetzt die wirkliche Inflation berücksichtigen würde bei der Grafik, wäre der Goldpreis noch viel, viel niedriger. Ich mache das immer anders, wenn ich wissen will, wo steht der Goldpreis im Rahmen des Zyklus. Weil hier haben wir einen schönen Zyklus gesehen. Dann bewerte ich einen Goldpreis gegenüber Aktien oder gegenüber Immobilien. Die beiden anderen Sachwerte, die Dividenden oder Mietzins entwickeln oder tragen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Nur so kann ich feststellen, wo der Goldpreis aktuell steht. Und da stellen wir ganz klar fest, wir sind relativ noch zu Aktien und Immobilien. Relativ am Tief unten mehr oder weniger gegenüber Dow Jones bemisst oder gegenüber einem Einfamilienhaus. Von dem her gesehen, also wir haben aus meiner Sicht eine ziemlich hohe Performanceentwicklung auch fürs Gold vor sich. Aber entscheidend nicht der Goldpreis in der Papierwährung, das ist mehr oder weniger ein Wechselkurs, sondern immer nur einen Goldpreis bewerten gegenüber Dow Jones oder gegenüber Immobilien oder gegenüber DAX. Dazu kommen wir sowieso noch. Ich möchte unseren Zuschauern noch den Goldpreis in Euro zeigen, aus einem von deinen letzten Artikeln. Denn der sieht richtig gut aus und ist nach oben weggegangen. So, und zwar sehen wir den hier. Deinen Kommentar bitte. Ja, hier kann man, wir haben die strategische Kaufempfehlung, das war damals im Frühjahr 2001, sieht man unten, wo wir noch einen Pullback gemacht haben. Wir können ja wunderschön sehen, es hat nichts Sinn gemacht, nur ständig Gold zu halten. Es gibt Phasen, wo Gold die Kaufkraft abnimmt, zumindest auch gegenüber Papierwährung, von 1980 bis 1999. Und dann die einmalige Hostwilling, aktuell 690 Prozent im Plusseitentief. Es ist quasi fast eine Verachtfachung des Goldpreises. Der Euro hat so mit 87,5 Prozent verloren gegenüber Gold. Also jeder, der Baugeld hält in den Schließfächern, muss sich klar sein, dass er gegenüber Gold die letzten 23 Jahre 87,5 Prozent gegenüber Gold verloren hat. Auch die drei anderen großen Anlageklassen, Aktienimmobilien und die Anleihen, die verzinst sind, jeweils haben es nicht nur ansatzweise geschafft, die Entwicklung zu haben. Das bedeutet, wenn man wieder Umkehrschluss in Gold bewertet, als Urgold seit 3000 Jahren, stellen wir fest, dass Aktien, Immobilien, als auch die Anleihen circa 60 Prozent im Minus liegen seit dem Jahrtausendwechsel. Und der Euro, also der Baugeld hält da mit 87,5 oder 85 Prozent, je nachdem, wo ich genau den Startpunkt setze. Also Gold, ultimative Währung, Geld an sich, wo ich sage, okay, Gold macht dann als Geld Sicht, wenn die zinstragenden Anlageklassen kontrahieren. Und auch wenn die Zentralbank Geld drucken und das in Euro oder in Dollar, die Märkte nach oben gedrückt werden, entscheidend für mich ist immer die Bewertung in Gold. Und hier kann man es halt wunderschön sehen, keine Anlageklasse schlägt Gold. Das bedeutet, wir haben einen kontraktiven Prozess. Und solange dieser Fall so vorherrscht, sollte man eigentlich auf alle Fälle in Gold zu einem gewissen Teil investiert sein. Und wir hatten jetzt gerade den Gold-Chart in Euro. Das sieht natürlich in anderen Währungen genauso aus. Hier eine Grafik von Ronny Stöferle, beziehungsweise eine Tabelle von Ronny Stöferle. Wie du eben sagtest, seit dem Jahr 2000, Gold in im Prinzip allen großen Währungen, absolut überragende Wertentwicklung. Man sieht kaum rot, 2013 überall, aber ansonsten überragend. Also wir liegen mehr oder weniger im Durchschnitt so um die neun Prozent. Im letzten Jahr war es jetzt hier nicht ganz abgeschlossen. Letztes Jahr haben wir gehabt Euro 9,7 Prozent. Dollar waren wir gleich bei 14 Prozent. Wir sehen sie ja ganz klar eindeutig. Und wenn man es aktuell zum Beispiel den japanischen Yen anschaut, die letzten zwei Jahre sieht man schon, da geht der Goldpreis aktuell wertig hin nach oben, weil der Yen im Endeffekt extrem inflationiert wird. Aber ich sage immer so, wenn jemandem das nicht ausreicht und er einen höheren Goldpreis will, kann er in Türkei fliegen. Da stehen wir zurzeit bei über 60.000 türkischen Lira. Oder wenn das nicht reicht, fliegen auch Buenos Aires. Argentinien habe ich zurzeit, glaube ich, um die 600.000, geht richtig über ein Million. Also man muss ernst klar sein. Der Goldpreis an sich in der Papierwährung drückt eigentlich immer nur einen Wertverfall der Papierwährung aus. Gold, die Unze, Gold ist die gleiche, ob hier dann in München oder in Istanbul. Das ist die gleiche Unze, man kann so ungefähr gleich viel Brot dafür kaufen. Zwischen 200 und 400 Kilo. Unabhängig, ob das bei 2.000 steht oder aktuell in Istanbul sind wir bei über 6.000. Bei 60.000, Entschuldigung. Also man sieht hier mehr oder weniger im Jahr 2011 beim letzten Goldhoch war der Dollar, der Goldpreis bei 2.000 knapp, der türkische Lira-Goldpreis bei 3.000. Wir stehen aktuell beim Goldpreis immer noch bei 2.000, türkischen Lira bei 60.000. Das bedeutet mehr oder weniger, um einen Faktor 30 hat die türkische Zentralbank die Goldmenge erhöht im Vergleich zum US-Tollraum, wo ja ebenfalls die Goldmenge erhöht wurde. Und somit kann man mit dem Goldpreis immer feststellen, mehr oder weniger, wie stark in einem Land von der Regierung, von den Zentralbanken die Inflationssteuer quasi hochgefahren wird und die Bürger quasi sich schützen müssen vor Inflation. Das signalisiert mir der Goldpreis. Egal in welches Land ich schaue, aber die Unze, Gold, letztendlich die Kaufkraft gegenüber Brot ist eigentlich überall gleich. Ich oszilliere, wenn die Wirtschaft gut läuft, bekomme ich weniger für Gold. Am Hoch zum Beispiel im Jahr 2000 waren es 200 Kilo. Und am Tief, wenn wir extrem im Tief sind, so wie in Weimar bei der Währungsreform oder 48, Deutschland Währungsreform, da waren wir dann irgendwo bei über 400 Kilo Brot. Aber letztendlich die Kaufkraft des Wertes an sich, des Goldes, das ist weltweit überall gleich. Das ist wirkliche, echte, eine Welt Geld, die Unze Gold. Und auch wenn dieser Markt oder der Goldpreis in fast allen Währungen so überragende Entwicklung zeigt, seit dem Jahr 2000, das ist doch etwas, das eher unter dem Radarschirm läuft. Es wird nicht groß propagiert, du sollst es ja im Prinzip nicht haben. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf einen Dow Jones hauptsächlich, der entgegen aller Vermutungen immer noch rekordhoch notiert. Und man kann dort natürlich auch Vergleiche anstellen, zum Beispiel das Dow Jones-Goldverhältnis nutzen, um mal zu sehen, ob Aktien oder Gold über- bzw. unterbewertet sind. Und wie sieht das jetzt aus? Hier haben wir das, auch aus diesem letzten Artikel von dir. Es schwankt immer zwischen diesen Extremen. Also hier zum Beispiel Gold sehr hoch, Aktien billig. Ja, und es sieht doch so aus, dieser Keil wird irgendwie nach einer Auflösung rufen. Was meinst du, wohin es gehen wird? Zum Ersten vielleicht sollte man erläutern, bis 1971 war dieses Dow Jones-Gold-Ratio, war der Dow Jones. Was viele Leute vergessen, weil der Dow Jones, der Dollar war bis 1971 Gold gedeckt. Das bedeutet, wenn man bis 1971 die Aktienmärkte in Dollar bewertet hat, hat man sie in Gold bewertet. Und ab 1971 dann mit den extremen Kosten des Vietnamkriegs, wo der Golddeckung aufgehoben wurde, hat man eins verursacht. Die Aktienmärkte sind damals in der Korrekturphase, was man hier schon sieht, von Mitte der 60er bis Anfang der 80er, sind wir in Gold bewertet gefallen, 95%. Auf Dollarbasis der Dow Jones damals zwischen um die 1.000 Dollar hat er dann von 66 bis 82, also 18 Jahre oder 16 Jahre mehr oder weniger hat der Dow Jones oszilliert bei 1.000 Dollar. Weil aber die Zentralbanken Geld gedruckt haben, die Golddeckung aufgehoben wurde, wurde es für einen normalen Investor nicht sichtbar. Aber wenn man es wirklich real inflationsbereinigt bewertet hätte, oder wenn man Dow Jones mit der damaligen Inflationsberechnung bewertet hat, hat man festgestellt, dass er über 90% an Wert verloren hat. Und dann sind wir wieder die Erholung gehabt in den 1980ern und 90ern. Und dann sind wir runter in dem 2000er-Jahrzehnt, sind wir runter bis damals circa knapp um die 7, genau an dem Punkt. Das war dann 2008, 2009, dann vielleicht bis 2011 gegenüber Gold. Und dann kam QE, Negativzins, also Nullzins und Negativzins und QE. Das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft künstlich stimuliert wurde, wie unter Drogen. Und dann haben wir den Anstieg jetzt erlebt. Das ist ein echter realer Anstieg. Also die Wirtschaft ist wirklich echt gewachsen. Die amerikanische Wirtschaft, auch die Weltwirtschaft. Und jetzt, wie du schon sagst, wir sind in einem Dreieck. Es ist die Frage, wo bricht das Dreieck aus? Und ich werde später noch drauf kommen. Für mich ist es ganz klar, wie gesagt, wir werden nach unten ausbrechen, unausweichlich. Vielleicht noch dazu zu sagen, wenn das Ratio steigt, dann wächst die Wirtschaft real. Und in Gold bewertet haben wir dann eine Inflation. Also Gold mehr oder weniger nimmt an Kaufkraft ab, wenn das Ratio steigt. Da macht es keinen Sinn, Gold zu halten. Wenn das Ratio fällt, kontrahiert die Wirtschaft. Dann, wie gesagt, haben wir eigentlich in Gold immer eine Deflation. Wir sehen es an der Grafik. Ja, und vielleicht kannst du es mal zeigen kurz. Die 29 bis 32, der Absturz, das war klassisch deflationär. Genau, das war deflationär. Da war der Goldpreis damals gefixt. Aber trotzdem, obwohl der Aktienmarkt hat dann 90 Prozent verloren, die Kaufkraft von Gold hat sich verzehnfacht. Obwohl der Goldpreis in Dollar immer nur bei 20 Dollar stehen blieb. Das ist oft der Fehler, den viele Leute glauben. Wenn an der Aktienmarkt crasht, explodiert der Goldmarkt. Das ist nicht der Fall. Entscheidend ist nicht der Goldpreis, sondern entscheidend ist die Kaufkraft des Goldes gegenüber Aktienimmobilien. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Erholung. Das Hoch haben wir gehabt. Die Echoblase war dann beendet 2021. Oder das war schon 2018. Das Dollar-Goldrecher war 2018. Ähnlich wie in den 70er Jahren, wo sich damals auch der Goldpreis halbiert hat, von 200 auf 100, haben wir auch eine Echoblase gehabt in den 70er Jahren. Und wie gesagt, uns steht jetzt mehr oder weniger so die Bewegung an, wie damals in den 70er Jahren. Von dem Tief 76 bis 80. Und das sehe ich aktuell genauso kommen. Entscheidend hier, wir stehen auf dem Level von 1932, 1929, Entschuldigung. Also zu Beginn der Weltwirtschaftskrise auf dem Niveau stehen wir aktuell. Also wenn jemand glaubt, wir sind in einer Krise, dann muss ich demjenigen antworten, wir haben doch gar nicht angefangen mit der Krise. Wir sind am Anfang von der Krise. Und die Krise in diesem Mal im Vergleich zu den damals 30 Jahren, diesmal wird es aus meiner Sicht inflationär ablaufen. Deswegen wird es so sehr schwierig für die Masse zu realisieren. Damals war es deflationär. Aber zu deiner Frage, ganz klar, der Dow Jones und der Goldpreis haben aus meiner Sicht irgendwo ein Rendezvous. Das ist dann bei 1 und das Ratio geht nach unten. Wo sich der Dow Jones oder der Goldpreis da trifft, auf welcher Höhe, das entscheiden die Zentralbanken. Wenn es galoppierend weiterläuft, kann der Dow Jones irgendwo bei Mitte 30 weiterlaufen. Der Goldpreis geht auf 30.000. Wenn es hyperinflationär läuft, geht der Dow Jones Richtung eine Million oder höher. Goldpreis folgt siehe Weimar. Da war damals der Aktienmarkt und Gold bei 20 Billionen. Läuft es deflationär ab wie in den 20er, 30er Jahren, wie gesagt, bleibt der Goldpreis stehen bei 2.000. Der Dow Jones kommt runter auf 2.000. Also letztendlich spielt es für den Goldinvestor überhaupt keine Rolle, was die Zentralbanken betreiben. Die Kaufkraft von Gold vom jetzigen Niveau aus wird sich gegenüber Aktienmarkten mehr noch als verzehnfachen. Das ist letztlich die entscheidende Aussage, was diese Grafik zeigt. Und das macht ja auch, Uwe, dieses Investment oder den Vermögensschutz mit Gold eigentlich so simpel. Gerade in diesem Umfeld, wie auch immer sich das Ratio nach unten bewegen wird, ob wir nun starke Inflation oder Deflation haben, was ich nicht glaube, bei 34 Billionen Dollar US-Verschuldung, und ausufernden Zinsausgaben. Also es wird wohl inflationär werden. Man ist hier sicherlich richtig aufgestellt mit Edelmetall, mit Gold. Ja, absolut. Also wie gesagt, man muss letztendlich in der jetzigen Zeit, muss man Gold besitzen in den 80er, 90ern. Wenn diese Ratios steigen, brauche ich kein Gold unbedingt. Ich kann es immer haben. Portfolieeffizient, weil ich habe einen in säkularen Hassen, Bullenmarkten immer wieder Korrekturen gehabt. Zum Beispiel 87er Crash haben wir gehabt in einem säkularen Bullenmarkt. In der Phase, wo die Aktienmärkte gecrasht haben, ist der Goldpreis gestiegen kurzzeitig. Da hat man mehr oder weniger den Crash abgepuffert. Also Goldinvestment ist rein jetzt mal von der Portfoliotheorie eine Pflicht, aufgrund der negativen Korrelation gegenüber Aktien, Anleihen und Immobilien. Man muss sagen, jeder Investor, der kein Gold besitzt, hat definitiv per Definition ein ineffizientes Portfolio. Und er fährt einfach zu viel Risiko. Die Frage ist immer nur von der Höhe aus betrachtet, wie viel. Gerade eben hatte ich schon mal die Aktienmärkte erwähnt. Schauen wir uns mal noch einen Maßstab an, der auch ein guter Indikator dafür ist, ob ein Aktienmarkt über- oder unterbewertet ist. Und zwar das sogenannte Schiller KGV. Schiller ist ja bekannt von diesem Hauspreisindex auch. Und schauen wir mal, was das Schiller KGV bedeutet. Robert Schiller, genauer Nobelpreisträger. Und hier steht, das Schiller KGV ist eine erweiterte Form des klassischen Kursgewinnverhältnisses, im Englischen auch PA-Ratio genannt. Und diese Kennzahl gibt Hinweise auf Über- und Unterbewertungen, in dem der aktuelle Aktienkurs mit den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der letzten zehn Jahre verglichen wird. So, und da habe ich noch eine Grafik dazu. So, hier ist die Grafik. Hier sehen wir das Schiller KGV verglichen mit dem S&P. Und ja, bitte erklär das unseren Zuschauern. Und es spielte ja auch bei dir schon eine wichtige Rolle bei der Lagebeurteilung, richtig? Genau. Also es sind die beiden. Wir haben gerade das Dow Jones Goldrecher gesehen. Und ein Dow Jones in Gold. Das ist die technische Intermarket-Betrachtung. Und Schiller KGV ist das Pandor dazu zur fundamentalen Betrachtung. Interessanterweise Schiller hat einen Wirtschafts- und Nobelpreis bekommen. Das ist für mich wichtig, weil es sind mehr evaluierte, evidenzbasierte Daten. Wissenschaftlich absolut, wie gesagt, mit den Daten kann man arbeiten in wissenschaftlichen Texten. Ansonsten, wie gesagt, bei anderen Sachen ist es immer ein Problem, wenn man wissenschaftlich arbeitet, weil ich brauche saubere Quellen. Ich kriege die Daten direkt von der Yale University. Und der Schiller KGV hat eine Aussagekraft, das sieht man hier, ähnlich wie der Dow Jones Goldrecher. Wir oszillieren hier. Man sieht seit 1981, ein SOP gibt es seit 1971. Schiller geht davon... Du meinst 1871? 1871. Hier haben wir 1881 beginnen die Daten. Warum beginnen die Daten? Weil er nimmt das KGV immer einen Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Also er nimmt einen gleitenden Durchschnitt. Er nimmt nicht das jährliche, sage ich mal, KGV, sondern den Durchschnitt mehr oder weniger. Entschuldigung, die Gewinne der letzten zehn Jahre. Und vergleicht es dann mit dem aktuellen Kurs. Beides macht er noch inflationsbereinigt. Und dann kann man hier sehen, zum Beispiel die wirklich signifikanten Hochpunkten der letzten 150 Jahre. 1900, 1901. Schiller KGV von 25. Das bedeutet, ich brauche mehr oder weniger Kapital hier im Markt einsetze. 25 Jahre, um mein Kapital wieder verdoppelt zurückzubekommen. Das sagt mir Schiller KGV aus. Das Mittel liegt bei 15. Kann man hier an der Grafik wunderschön auch sehen. Das ist eine Verzinsung von 6,66%. Und ich habe dann immer, wenn wir eine Überhitzung haben, 50% drüber. Das ist die erste rote Linie bei 22,5. Das ist der Bereich, wo wir in eine Überhitzung reinlaufen. Und die Unterbewertung ist dann die untere grüne Linie bei 7,5. Das liegt dann 50% unter Median. Und wenn man sich die langfristige Datenreihe anschaut, sehen wir wunderschön. Wir haben so eine Zyklik. Die rote Linie ist mehr oder weniger ein gleitender Durchschnitt. 1901 ist hoch. Ab dem Zeitpunkt begann die wirtschaftliche Kontraktion. Vorbereitung am Ersten Weltkrieg. Das kann auch die Ursache gewesen sein, wenn ich den Ersten Weltkrieg. Das Tief 1920 bei 5. Der Aktienmarkt, das S&P Composite, hat damals real minus 67% verloren gegenüber Gold. 1929, wobei das hat er echt verloren, weil der Dollar war ja goldgedeckt. 1929 haben wir hoch gehabt bei 32 Schiller KGV. Dann sind wir runtergekommen, deflationär 87% verloren bis 1932 interessanterweise. 1933 wurde dann in den USA der neue Dollar eingeführt. Da kam das Goldverbot. Also meine Systematik hätte man damals schon am 1. 1933 wieder in Gold, vom Goldrichtung hin zum Aktienmarkt mehr oder weniger reingebracht. Dann die Erholung. Dann haben wir immer zweimal kommen wir noch runter. Wirklich tief war dann 48. Das absolute Tief dann unten. War während des Zweiten Weltkrieges. Das war eigentlich mit der deutschen Währungsreform. Dann begann der Nachkriegsaufschwung mit Deutschland, mit der Währungsreform. Bis 1966. Schiller KGV von 24. Und wie gesagt, dann gehen wir wieder runter. Bis 1982 Schiller KGV von 7. Das waren die 70er Jahre. Die ganze inflationäre Phase im Vergleich zu der deflationären Phase. Dann die super Erholung. Die goldenen 90er, wie ähnlich die goldenen 20er. Absolute Blase im Jahr 2000. Beim Schiller KGV von 24. Interessanterweise Dow Jones Goldrecher war damals genau ebenfalls bei 44. Dann kamen wir wieder runter in die 2000er Jahre. Die 2010er der Erholung. Die Echoblase. Und jetzt stehen wir aktuell interessanterweise wieder, genauso wie beim Dow Goldrecher, auf dem gleichen Niveau von 1932. Also die technische Betrachtungsweise makroökonomisch ebenfalls die fundamentale Betrachtungsweise. Bei beiden Betrachtungsweisen stehen wir aktuell genau auf dem Niveau von 1932 im Oktober. Entschuldigung, im Oktober 1929, bevor die Weltwirtschaftsgrise und der Aktiencrash begannen. Ich sehe einen einzigen Unterschied, was ich aktuell glaube oder bis jetzt, wo ich das so sehe. Wir haben im Gegensatz zu den 30ern, wo es sich dann deflationär abspielte, hat es bis jetzt alles inflationär abgespielt. Ich glaube auch, die nächste Abwärtsbildung wird sich mehr wie in den 70er Jahren inflationär abspielen. Nur noch viel, viel höher in Inflation, mit einer stärkeren. Und was ich hier noch sehe, du kannst vielleicht auch noch was dazu sagen, dass man hier schon seit längerer Zeit versucht, einen Ausbruch nach unten zu verhindern, mit allerlei Manipulationsversuchen. Denn wenn das mal stark einbrach, dann ging das ja meistens sehr schnell nach unten. Genau. Also das war eine künstliche Stimulierung der Wirtschaft. Ich habe ja hier drunter geschrieben, QE, ZIRB und NIRB. Also ZIRB, Zero Interest Rate Policy, NIRB negativ. Also es hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Also mit der Zinsentwicklung, mit dem QE, die Zentralbanken können letztendlich jedes Wert Papier kaufen, was sie jetzt wollen mit QE, haben sie eine künstliche Stimulierung, eine künstliche mehr oder weniger Wirtschaftserholung fabriziert. Und man versucht mit allen Mitteln die wirtschaftliche Erholung beizubehalten. Aber aus meiner Sicht, da kommen wir zu den nächsten Grafiken noch drauf, die Zeigen sind eindeutig da, wie gesagt, dass wir nach unten einbrechen. Und das ist nicht mehr aufzuhalten. Der Staudamm wird brechen und wenn der Staudamm bricht, dann, wie gesagt, geht es zur Sache. Genau. Du hast es schon gesagt, man kann den Dow natürlich noch mit anderen Dingen vergleichen, Rohstoffen, Indizes und so weiter. Es sieht so aus, als würden die Anleger weiterhin auf den Greenspan Powell Put setzen, aber ich wäre da vorsichtig. Hier ist noch eine sehr interessante Grafik, die eigentlich schon andeutet, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Oben ist der Dow in nominalen Zahlen, darunter der Dow Jones in Gold, Dow Hui Verhältnis, Dow Jones MSCI Commodities und Dow Jones Oran. Sag mal bitte, was dazu hier oben ist, alles noch im, naja, sozusagen grünen Bereich. Genau, wenn wir vielleicht jetzt von der vorigen Grafik, wir haben zuvor das Dow Gold-Rest schon gesehen, wir haben zuvor das Schiller KGV gesehen. Jetzt sehen wir oben einmal die ganz, ganz obere Grafik, das ist der Dow Jones nominal und das ist schon mal wichtig. Das ist so, wie 99 Prozent der Investoren sehen, den oberen Bereich, das ist der Dow Jones. Wir haben jetzt hier, wenn man es so sieht, der läuft jetzt seit den 60ern, dreimal minus 50 Prozent Einbrüche erlebt. Das war dann Mitte der 70er damals, ein 50 Prozent Einbruch. Dann nochmal, das war hier genau, wo wir am Tief, das war dann der Goldpreis hoch damals bei 200 Dollar. Dann haben wir den nächsten Einbruch erlebt, das war der Aktien-Best, wo es losging mit dem Aktien-Crash 2000 bis März 2003. Dann der Immobilien-Crash nochmal, 2007, 2008. Aber trotzdem insgesamt im Vergleich zu den 70er Jahren, wo der Aktienmarkt seitwärts gelaufen ist, währenddessen der Dow Jones 90 Prozent gegenüber Gold verloren hat, was man unten auch sieht, haben wir jetzt eine Sondersituation, der Dow Jones hat in Gold ebenfalls bereits 60 Prozent verloren, trotz der Erholung, aber er steigt weiter nominal. Und das ist für mich ein Zeichen, wenn man es in die 70er Jahre vergleicht, dann sind wir nominal seitwärts gelaufen. Da ist der Dow Jones immer bei 1000 Dollar angestoßen. Jetzt haben wir uns mehr oder weniger schon fast verdreifacht, seit dem Jahr 2000 nominal in Dollar, trotzdem gegenüber Gold liegen wir 60 Prozent im Minus und wir sind im Dreieck drin. Das ist für mich ein Zeichen, im System steckt viel, viel mehr Liquidität, viel, viel mehr Inflation wie in den 70er Jahren. Weil in den 70er Jahren sind die Aktienmärkte nur seitwärts gelaufen. Jetzt werden die Aktienmärkte sogar nominal nach oben gedrückt. Gegenüber Gold trotzdem sind sie 60 Prozent im Minus. Und wir sehen drunter nochmal, ein Dow Jones gegenüber dem Gold-Minen-Index. Hui, auch das Räscher ist ebenfalls in dem Dreieck noch nicht ausgebrochen. Hier haben wir, das ist auch, was mich persönlich sehr betrifft, wo ich sage, wenn man in Goldminen investiert, kann man frustriert werden über die letzten Jahre, weil ich sage, die Goldminen sind ebenfalls immer gedeckelt worden. Aber was das Positive ist und was wir jetzt eigentlich noch weiter drunter gehen zu dem Dow Jones, das ist der MSCI, Rohstoff-Aktien-Index weltweit, sehen wir eben hier, wir sind schon ausgebrochen. Der ist länger gestiegen, dann bis 2020 Corona und dann, wie gesagt, kam der Ausbruch. Und wir sehen es hier, wir haben jetzt eine leichte Erholung, aber eindeutig, die Rohstoff-Aktien performen besser bereits wie die Standard-Aktien. Und das i-Tüpfel von allen macht der Uran-Sektor. Zum einen haben wir hier einen Uran-Preis, auch die Uran-Aktien, wo wir jetzt hier nicht sehen, sehen wir später noch. Aber hier zum Beispiel, wie gesagt, der Dow Jones gegenüber dem Uran-Preis sehen wir hier einen eindeutigen Einbruch. Und wie gesagt, was wichtig ist, wenn Gold, wenn die Goldminen stärker werden, dann werden alle Rohstoffe stärker. Das könnte man jetzt auch hier sehen, man könnte hier in Dow Jones gegenüber dem Goldman Sachs-Commodity-Index einen reinen Rohstoff-Index nehmen, würde man genau das gleiche sehen. Also das ist ein ganz klares Zeichen auf deine Frage, vorige Frage, wohin wird das Dreieck ausbrechen? Hier haben wir die Antwort eindeutig, das Dreieck wird nach unten ausbrechen. Egal, wie lange sie das dort hinzögern mit Gold, mit Silber, mit den Minen, sie werden nach unten ausbrechen. Wir haben schon mehrere Sektoren, die das praktisch vormachen im Rohstoffbereich. Genau, das denke ich auch. Und wenn wir uns jetzt die Minenaktien angucken, du hast es ja gerade erwähnt, dann, ja, da ist im Prinzip noch nicht viel passiert. Also wer denkt jetzt, das könnte interessant sein, also es ist noch längst nicht zu spät. Und auch dazu habe ich noch eine interessante Grafik. Und zwar sehen wir hier den Barron's Gold Mining Index, drei- und fünfjährige Wertentwicklung. Ja, Goldpreis nominal am Rekordhoch oder übertroffen. Aber wir sehen hier, ja, im Prinzip nicht viel. Da ist überhaupt noch nichts passiert bei den Minenaktien. Ja, man kann das, man muss jetzt wirklich mal im Zusammenhang sehen mit den vorigen Grafiken, die wir uns betrachtet haben. Zum Beispiel nehmen wir das Dauergoldrecher und dauert schon zum Gold. In den 70er Jahren, die beiden extremen Bewegungen, das waren genau die Phasen, wo der Goldpreis dann erstmalig stieg auf 200 Dollar, von 35 auf 200 Dollar. Das war die erste, wo wir damals, wo wir bei 950 Prozent plus, der erste grüne Anstieg. Der wurde begleitet von einem Goldpreisanstieg von 35 Dollar auf 200 Dollar. So, genau. Dann hat sich, das war vergleichbar mit den 2000er Jahren, wo wir gestiegen sind von 250 auf 2000. Nur Nuller mehr, 2200. Damals in den 70er Jahren sind wir dann gestiegen, gefallen von 200 auf 100 Dollar. Jetzt bei den 2010er sind wir gefallen von 2000 auf 1000. Wieder nur Nuller mehr. So, dann was passiert in den 70er Jahren, dann kam die zweite extreme inflationäre Welle. Interessanterweise, die erste Welle war mit dem Yom Kippur-Krieg, die zweite Welle war dann die Schaukrise mit dem Iran, Iran-Revolution. Und wie gesagt, was ich jetzt erwarte, das Dauergoldrecher war damals Erholung, die war die Echoblase, war 1976. Und dann, wie gesagt, sind wir runtergekommen, jetzt muss ich kurz schauen, bis 1980, wo die Goldminen dann wieder die 5-Jahres-Rallye gehabt haben, wo der Goldpreis auf 850 stieg. Und die Goldminen, wie gesagt, haben damals eine Entwicklung gehabt von 850%. Und die zweite Bewegung, wo der Dow Jones-Goldrecher dann die zweite Abwärtsbewegung gemacht haben, die, wie gesagt, die steht bis jetzt noch aus. Die haben wir bis jetzt noch nicht vollzogen. Wir sind immer noch gefangen in dem Dreieck. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn wir ausbrechen, wir haben zum Beispiel das 5-Jahres-Performance im Jahr 2022, sind wir bereits schon unter der Nulllinie raufgekommen. Also wir sind jetzt unter der Nulllinie. Und wenn wir das jetzt von 22, 5 Jahre dazurenne, wären wir 227, 228. Das bedeutet, wiederum wichtig, wenn das Dow-Goldrecher bricht, so wie in den 70er-Jahren, zur zweiten Bewegung nach unten war, zur zweiten inflationären Welle, dann, wie gesagt, wird diese 5-Jahres-Performance aus meiner Sicht ausbrechen. Und wir werden einmal sehen, ich weiß es nicht, wie weit es steigt, wenn wir uns die letzten drei Bewegungen anschauen. Dann haben wir gehabt, einmal 950, einmal 850 und einmal 600%. Irgendwo dazwischen, zwischen 600 und 950% gehe ich davon aus. Das ist meine Erwartung, es gibt keine Garantie an der Börse, das ist meine Erwartung, was wir sehen werden bei den Goldminen, auf eine 5-Jahres-Performance vom jetzigen Zeitpunkt aus bewertet, von 2022 aus. Das war es tief damals, 2022. Bei den Goldminen haben wir im Oktober es tief gemacht. Und nicht zu vergessen, wir haben jetzt ein weltweites Inflationsproblem, nicht nur wie damals in den USA durch den Vietnamkrieg. Also diesmal, denke ich, ist die Gemengelage viel gefährlicher. Aber lass uns noch kurz einen Blick auf den Hui-Index werfen, der ist auch vielen unserer Zuschauer bekannt. So, hier sehen wir ihn. Und wie wir sehen, sind wir wieder da, wo wir 2003 waren. Sicherlich spielt die Verwässerung der Aktien auch eine Rolle, aber da ist noch einiges mehr zu erwarten. Ja, hier kann man wunderschön sehen, wir liegen vom Top 60% entfernt. Also wir liegen vom Top damals 2011 60% im Minus. Die Junior-Goldminen, die liegen 80% im Minus. Auch der Silberpreis liegt ungefähr 60% im Minus. Und das ist die absolute Enttäuschung. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon im Vorfeld darüber berichtet, wenn das Dow-Goldrecht schon bricht, wenn das Schiller-KGV bricht, dann, wie gesagt, wird sich der Hebel entfalten. Zum einen bei den Goldminen und zum anderen beim Silber. Auch bei allen anderen Rohstoffaktien, will ich dazu sagen. Und natürlich, der Hebel ist umso größer, je kleiner Börsen kapitalisiert die Werte sind. Also besonders bei den Juniors und bei den Explorern. Und der Trigger, wie gesagt, kann durchaus sein, vielleicht wegen der zuspitzen Geopolitik, wegen der Inflation. Wir sehen ganz klar eine zunehmende Eskalation. Und mit allen, ich gehe davon aus, mit der hohen Wahrscheinlichkeit wird Iran damit involviert werden. Und es wird schon ganz offen darüber diskutiert, was macht der Ölpreis, wenn die Straße von einem Musstig geht. Also man sollte sich darauf einstellen, dass wir dann Bewegungen sehen werden innerhalb von Stunden, die wir so in unseren Lebzeiten noch nicht gesehen haben. Sowohl beim Ölpreis als auch beim Goldpreis. Und das Problem ist, wenn das passiert, können Investoren nicht mehr handeln. Du kannst nicht mehr handeln. Du musst davor aufgeschaltet sein. Da habe ich gesagt, das ist dann die Versicherung für so einen Fall. Wenn das passiert mit dem Iran, mit der Straße, wenn man muss, wie gesagt, dann werden wir extrem Bewegungen sehen. Beim Gold, beim Öl, auch bei allen anderen Werten. Natürlich der Hebel dann beim Silber oder bei den Minen wird voll mindestens sein. Genau, denke ich auch, über Nacht ist plötzlich alles anders. Ich möchte unseren Zuschauern mal noch das Hui-Gold-Verhältnis zeigen. Denn das, ja, spottet jeder Beschreibung. Hier ist es, geht zurück bis 1997. Also wir sind so niedrig bewertet, wie beim absoluten, oder fast wie beim absoluten Ausverkauf hier. Da ist überhaupt nichts von irgendeiner Euphorie zu sehen. Also die Minenaktien, das hier, die Hui-Minenaktien, sind sensationell billig bewertet. Genau, und du siehst auch hier, Jan, die Rallye haben wir erlebt, beim letzten, wo letztmalig in den 2000er-Jahren das Taugeldrecht schon gefallen ist. Also wo wir hier die Outperformance beim Gold gegen die Aktien gehabt haben, das war die Performance, wo der Hui damals, das waren 1400 Prozent letztendlich von 2000 vom Tief bis dann hoch, 2011 das Hoch, wo wir gehabt haben. Weil Gold dann am Schluss noch stärker gestiegen ist. Also wie gesagt, ab 2008 nach dem Einbruch war Gold schon stärker wie die Goldminen, weil eigentlich die Rohstoffe als Gesamtes bereits im Jahr 2008 das hoch gemacht haben. Ab dem Jahr 2008 ist dann QE eingeführt worden, das war langsam die Umschichtung, weg von den Rohstoffen hin wieder zu normalen Märkten, Immobilien und Aktien. Und da haben, wie gesagt, die Goldminen, Goldminen, die ihren Hebel nicht mehr entfalten können. War enttäuschend. Und da sieht man hier, also wenn jemand aktuell zurzeit ein günstiges Investment, ein historisch günstiges Investment sucht, dann, wie gesagt, ganz klar im Goldminensektor. Ähnlich schaut es beim Server aus letztendlich, wenn man das Server-Goldrecht schon nimmt, haben wir auch historische Daten. Und von dem her gesehen sehe ich ganz klar, wir haben hier eine Option, einen Hebel auf den Goldpreis. Der Schlüssel wird sein, wann werden die Kapitalströme umgelenkt wieder von der herkömmlichen Wirtschaftswachstum-Aktienmarkt hin im Rohstoffmarkt. Wenn das passiert, wahrscheinlich kommt irgendein Event, ein Black Swan-Event. Wie gesagt, dann gibt es aber auch kein Halten mehr. Weil die Liquidität im System ist so enorm, um einiges und viel, viel höher als in den 2000er Jahren. Und wie gesagt, das Becken im Minensektor bei den Rohstoffaktien, das ist ja minimal, was da an Börsenkapitalisierung vorherrscht. Wenn da die Liquidität reinläuft, kann man sich nicht vorstellen, was da passiert. Ja, unvorstellbar. Also über Nacht ist alles anders. Lass uns noch einen Blick auf Silber werfen. Hier zunächst der Chart. Hier haben wir ihn und er sieht gar nicht so erbaulich aus. Die Blase von 1980, dann 2011. Und ja, wenn wir positive Aussichten für Gold annehmen, wird Silber das natürlich mit Hebel im Quadrat nachvollziehen. Es ist schwer zu glauben und man hat ewige Diskussionen, Silber, diese lahme Ende. Aber ich denke auch jetzt, wenn Gold zu hoch ist und viele Leute sich kein Gold mehr leisten können durch diese Inflation, durch das Ausquetschen von Otto-Normalverbrauchern, werden dann zwangsläufig die Leute, die panikartig hier reingehen oder viele Normalbürger sozusagen ins Silber gehen müssen, weil alles andere ist oder Gold nicht mehr erschwinglich ist. Ja, man muss dazu sagen, Silber ist letztendlich das Gold des kleinen Mannes, wie du so schön sagst. Man sieht hier bei dem Chart auch wunderschön, Silber macht nur Extrembewegungen in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Zum Beispiel von 1978, Dezember 78, war der Silberpreis noch bei 5 Dollar. Das Hoch damals, das war das Hoch bei 74, waren wir bei 5 Dollar. Dann haben wir eine ewige Konsolidierung gehabt. 5 Dollar. Und dann waren wir 1968, Dezember waren wir bei 5,6 Dollar. Dann ging es in zwölf Monaten hoch auf 50 Dollar. Ähnlich, wenn man die jetzige Situation nimmt, wir waren damals bei 50 Dollar, unten waren wir mehr oder weniger bei 5, eine Verzehnfachung in zwölf Monaten. Der Absturz, der dann folgte, waren innerhalb von vier Monaten sind wir wieder fast auf 5 Dollar zurückgefallen. Also von dem her gesehen, Silber kommt am Schluss, aber kommt unvorstellbar brutal. Und wenn man jetzt hier mal ein Fraktal sich betrachtet, ich bin ja jemand, der sich gerne Fraktal anschaut, das Fraktal in den 70er Jahren, wie gesagt, mit der langen, mehr oder weniger, ja, wie soll man sagen, Untertasten, in den 70er Jahren, 76, 74, dann die Untertasse, dann die Explosion. Ich gehe davon aus, die 5-Dollar-Marke war wichtig, wie wir durchgebrochen sind. Jetzt haben wir die 50-Dollar-Marke. Es ist wieder so eine riesen Untertasse. Vom Jahr 1980 bis im Jahr 2011 haben wir die Oberpunkte der Untertasse oder der Tasse gehabt und dann wird aktuell der Henkel fabriziert. Das ist die Tasse, das ist der Henkel dazu, das nächste ist der Henkel. Wenn der Henkel Richtung 50 geht, dann ist er vergleichbar mit den 5 Dollar, wo wir damals 78 gehabt haben. Und wie gesagt, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter sich die Ratios betrachtet, dann gehe ich davon aus, also es war jetzt unvorstellbar, wenn das durchgeht, wenn ich wieder verzehnfache habe in einer relativ kurzen Zeit, dann stehen wir bei 500 Dollar mit mir selber. Man darf nämlich nicht berücksichtigen, die 500 Dollar sind nicht aussagekräftig, weil die Frage ist, was die Zentralbanken inflationieren. 500 Dollar ist eine schöne, runde Marke. Das würde auch bedeuten, der Ölpreis geht Richtung 4, 500 Dollar. Der Goldpreis wird mit einem Faktor, damals war der Goldpreis am Hoch bei 850. Wir sind aktuell, dann waren wir bei 1.000, jetzt sind wir bei 2.000. Wir haben Minimum 10.000 US-Tolle, das bedeutet beim Gold, das wäre ein Faktor von 500 zu 10.000, Faktor von 1 zu 20. Wir stehen aktuell, haben wir Silber-Gold-Rasure auf Gold, Silber-Rasure von 88. Das bedeutet, wir haben einen guten Hebel von 4, beim Silber auf dem Gold, ähnlich bei den großen Senior-Golden, einen Hebel von 4. Das ist natürlich die Option, was ich auch noch sehe, wenn wir in eine Extremsituation kommen, wird Silber wieder monetarisiert, besonders in den USA. Ja, also Silber wird dann wirklich wieder als Währung eingenutzt werden und das ist der Zeitpunkt, wo dann die Leute wirklich sagen, ich brauche Silber, zurzeit ist Silber mehr oder weniger nur der Industrielle nutzen, aber wir haben die monetäre Komponente von Silber, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ausgeschalten, aber immer in Extremkrisen, wenn man zu einer extremen Krise jetzt kommen sollte, wird Silber immer wieder monetarisiert und dann, wie gesagt, wird es in einer ganz, ganz kurzen Zeit extreme Bewegungen geben, die wir uns so noch gar nicht vorstellen können. Das ist ja auch genau das, was David Morgan sagt, dass diese Bewegung, die wir beim Silber erwarten, durch die monetäre Nachfrage kommen wird, nicht durch die Industrie oder Solar oder irgendwas. Das wird wahrscheinlich eher zurückgehen durch die panikartigen Käufe von Autonormalverbrauchern und anderen. Genau, die Emotion Panik spielt hier die absolute Komponente. Panik, wie gesagt, immer haben wir in Phasen erlebt, wenn die Märkte einbrechen und habe ich die negative Korrelation von Gold und Silber, Gold und Silber wird explodieren. Lass uns kurz noch zur Energie kommen, denn das ist auch wichtig. Wir sprachen schon, oder du sagtest es schon, mit der Straße von Hormuz im Mittleren Osten. Also Energie ist auch etwas, was man im Depot nicht vernachlässigen sollte. Gerade wo alles so auf Lithium sich gestürzt hat, die Blase ist vermutlich geplatzt, Öl und gerade Uran sehen doch sehr interessant aus. Lass mich mal den Uranpreis unseren Zuschauern zeigen. Ja, Wahnsinn, oder? Da geht richtig die Post ab. Die Kurse von 2006 sind zwar noch nicht erreicht, aber jetzt gerade im letzten Jahr fast eine Verdopplung. Also Uran zieht ja unglaublich an und damit verbundene, besonders die großen Produzenten ebenfalls. Auch ein Markt, in dem man sein sollte, Energie. Wir haben Uran, wir investieren Uran bereits seit Ende der 2020, 2021 in ganz, ganz kleine Uranwerte, mittlere Werte. Wir haben die großen, wir haben ein extremes Uran-Exposure neben unseren Gold- und Silberminen. Was man jetzt hier sieht, wunderschön, in den 2000er Jahre der Uranpreis geht quasi ohne Volatilität hoch. Weil Uran ist letztendlich dann mehr oder weniger konjunkturunabhängig, weil die Versorger brauchen Uran. Wir haben immer Stromversorgung. Wir sind nicht so konjunkturabhängig. Öl, Benzin wird gebraucht auf den Straßen, aber Uran brauche ich zur Versorgung für Elektrizität. Und was wir jetzt aktuell sehen, das kann man dann so zeigen. Ich habe noch eine Grafik, die nächste, die wir einbringen, Uranpreis im Vergleich zu den Uranminen. Die Uranminen sind noch extrem zurückgeblieben. Wir haben vielleicht die zwei Großen noch, meiner Wege ein Cameco, also ein Blutschip. Wir sind fast am Hoch schon drum, aber der breite Uranminen-Markt oder der URA-Index, wo wir später dann noch zeigen, stellen wir fest, wir sind noch komplett unten, wir liegen noch von dem 2011er hoch. Wenn du das mal zeigst, liegen die Uranminen noch immer 75% darunter, das 2011er hoch jetzt beim Uranpreis, 2011er hoch. Ja, ich zeige das sofort. Moment. Genau, hier haben wir es. Hier oben das Prod Physical ETF als Proxy für den Uranpreis sozusagen. Und hier unten die Global X Uranium ETF, also die Uranwerte, die Aktien sind noch unterbewertet gegenüber dem Uran. Ähnlich wie beim Gold, wie bei den Goldminen gegenüber Gold. Also haben wir fast eine Parallelsituation. Was jetzt hier zum Beispiel die Kleinrenner, also wir kommen ja dann noch kurz zu unserem Fonds zu sprechen, wie wir das aufteilen. jetzt hat der Ura aber trotzdem auch noch die Blutschips drin. Man muss ja so sagen, der Ura-Index hat auch noch andere Werte außer Uran noch drin. Zum Beispiel Kernkraftbetreiber teilweise auch noch Werte, die teilweise alternativ Energie investieren. Das ist das Interessante politische aktuell. Uran ist ganz klar grün weltweit. Außer in Deutschland ist Uran weltweit grün. Also egal, mit wem man spricht, weil Uran ist die einzige Voraussetzung. Ohne Uran gehen die Lichter aus. Also wenn ich Öl, Kohle, Gas zurückfahren will, gehen ohne Uran die Lichter aus. Wir sehen weltweit in allen Ländern Kernkraftwerke bauen, China pro Jahr 10, in Skandinavien jetzt oben, Frankreich soll angeblich zwei neue nur für Deutschland bauen. Ein unversteuerbarer Wahnsinn, was bei uns da abläuft zum Thema Uran. Die ganze Ingenieurkunst, die wir in Deutschland gehabt haben, wir waren führend, ein Thema Kernkrafttechnik, geht verloren dadurch, muss man dazu sagen. Und wir haben einen teuersten Strom auf dem ganzen Planeten, hat Deutschland. Und deshalb ist für mich Uran absolut, wie gesagt, unausweichlich, wenn nicht die Lichter ausgehen sollen. Vielleicht kannst du die Grafik nochmal einblenden, ist das möglich? Natürlich. Da gibt es einen Schlüsselpunkt noch aktuell bei den Uranminen, was das so interessant macht. Wenn man die Uranminen sich das Volumen unten anschaut und das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, also wo wir jetzt gerade sprechen, wir haben einen Freitagsschlusskurs, das sehen wir ganz oben rechts so ein grünes Quadrat, das haben wir ausgebrochen, erstmalig. Wir konsolidieren jetzt seit November 2021 und das haben wir mit dem Freitagsschlusskurs ausgebrochen. Jetzt muss man mal das Volumen drunter sich betrachten. Volumen, das drunter liegt, wir haben das zweithöchste Volumen aller Zeiten bei dem Index. Gehen wir mal ganz links drüber zu Fukushima. Fukushima war ein Panikvolumen. Wir sehen hier das Panikvolumen, war ein Gap, wo die Uranminen eingebrochen sind. Der Volumen, das Wochenvolumen von der letzten Woche ist dreimal so hoch wie das Fukushima-Volumen. Und ebenfalls auf Tagesbasis sind wir mit einem Gap über das 2021 hoch drüber. Das bedeutet, da ist so viel Kaufdruck in der Pipeline. Wir erleben zurzeit Kaufpanik im Uransektor. Das bestätigt den Ausbruch für mich. Der Ausbruch ist eindeutig. Wir haben eine extrem hohe Aufholjagd noch gegenüber dem Uranpreis. Ähnlich bei den Goldminen gegenüber Gold oder bei den Silberminen gegenüber Silber. Hier haben wir ein extremes Aufholpotenzial. Aber Uran sieht man, Uran ist für uns auch aktuell, weil wir handeln sehr, sehr viel quantitativ. Uran ist zurzeit der einzige Sektor im Rohstoffbereich, der auf Grün steht bei uns in allen drei Zeitfenstern. Wir haben dementsprechend auch unsere höchste Gewichtung aktuell im Uran. Sehr interessant. Jetzt kommen wir noch kurz zu deinen Fonds. Du hast drei Investmentfonds unter Management sozusagen, GR Dynamik, GR NOA und Pro Aurum Value Flex. Kannst du kurz was dazu sagen, für welche Anleger das geeignet wäre, falls nicht jeder sich um die Aktien kümmern will, Geschäftsberichte lesen etc. und das doch lieber Profis überlassen will? Also wichtig erstmal, es sind drei Fonds, die gibt es so weltweit nicht. Wir handeln im Rahmen der Makrozyklik, das was wir heute eingangs besprochen haben. Es sind keine reinrassigen Gold- oder Rohstofffonds. Wir haben uns ganz klar Zielmarken gesetzt mit dem Schiller KGV und dem Dauer Goldrescher. Wir haben damals im Jahr 2000, 2001 sind wir umgestiegen im Rohstoffgoldmarkt. Genauso werden wir es machen, wieder umzusteigen, wenn wir unten sind. Also sprich, wenn wir aus dem ökonomischen Winter rauskommen. Das werden ja diese Fonds machen. Das sind diese drei Fonds offizielle Mischfonds. Es sind keine Rohstoff- Dauer Goldrescher unter 2, beim Schiller KGV von unter 7,5, werden plötzlich in diesen Fonds normale Standardaktien drin sein. Das ist ein wichtiger Punkt von allen drei Fonds. Dann, wie gesagt, wenn man die aktuelle Allokation sich betrachtet, natürlich haben alle drei Fonds genauso gelitten, wie wir jetzt die Grafiken gerade gesehen haben. Uranminen, Goldminen, Goldminen liegen nur 60, teilweise Junior 80% unter dem Allzeithoch. Dementsprechend haben unsere Fonds gelitten. Leider, aber nichtsdestotrotz sehe ich da jetzt aktuell ein Riesenpotenzial für die nächsten Jahre. Wie gesagt, wenn jemand in dem Bereich investiert sein will und zur Beimischung, wie du richtig sagst, neben physischem Gold, neben physischem Silber, wenn jemand sagt, okay, er will auch bei den Minen was haben als Beimischung, dann ist das ideal. Oder in einem normalen Aktienportfolio, also mit 5%, wenn wir Goldminen nicht zumischen oder mehr, je nach Einstellung, wie man halt jemand darauf eingestellt ist, dann, wie gesagt, kann man hier höhere Quoten fahren. Ist das ideal? Wir haben aktuell der Dow Jones, wie gesagt, Braurum Value Flex bei den Großen, der mit der Größen Börsenkapitalisierung durchsteht, von über 5 Milliarden. Wir haben aktuell eine Allokation von knapp 30%, 29% physisches Gold. Wir haben aktuell ungefähr 30% Goldminen, ein paar Silberminen und dann die restlichen 30% und 30% Uranminen. Eben, ungefähr aktuell 10% Cash knapp. Das ist die Allokation. Da gehen wir noch die Mid-Caps, das sind Rohstoffaktien derzeit von der Börsenkapitalisierung größer von einer Milliarde. US-Dollar Börsenkapitalisierung, wir haben aktuell eine Allokation von hier sind wir sonst schon extremer. Aktuell ungefähr 50% plus Uran, 52, 53%, circa ein Drittel, 33, 35% Gold und Silberminen. Ungefähr ebenfalls knapp 10% Cash. Geodynamik ist eigentlich der aggressivste, der spekulativste. Da haben wir Durchschnittsbörsenkapitalisierung von größerem Viertel, also Viertelmilliarde, 250 Millionen Börsenkapitalisierung, natürlich ganz, ganz kleine, sehr viel im Junior-Bereich, Developer oder auch Explorer. Und hier haben wir aktuell ebenfalls eine Allokation von über 50% Uranminen, ungefähr ein Drittel, 35% Gold und Silberminen und auch knapp 10% Cash. Und das ist eine Kombination in die Welt, je nach Risikoneigung kann jeder sich da Baukosten, was zusammensetzen, da Prozent, dort Prozent, je nachdem, was er geneigt ist. Also je konservativer ist, desto mehr sollte zum Großen gehen, wofür sich das Gold mit drin ist. Als Sparplan kann man das ein Problem ansparen. Oder wenn jemand aggressiver will und er will Uran-Exposure, es gibt wenige Uran-Fos, wir haben ganz klar, wir sind da fokussiert in der Rohstoff-Rallye und Uran-Sektor mitzuspielen. Unser zweiter Fokus ist Gold und Silber, wir haben eine Kupferminie mit drin. Und wie gesagt, ja, die Einzigartigkeit ist quasi das Handeln in einer säkularen Zyklik, wo wir sagen, wir wollen in dem Bereich umsteigen, wie gesagt, wenn die Rohstoff-Ros vorbei ist. Und es gibt sehr wenige, wie gesagt, im Jahr 2000, wo wir damals am Aktienmarkt raus sind, 2001, hat es keiner geglaubt und ich gehe davon aus, dass es keiner glauben wird, wenn dann wirklich der Goldpreis bei 10.000, 20.000 steht, werden die Leute sehr, sehr schwer tun, ihr Gold zu verkaufen oder Goldminie zu verkaufen. Die Leute werden sich sehr schwer tun. Das war ein gutes Schlusswort. Wir werden sicherlich Bewegungen sehen, die sich niemand im Trauma ausmalen kann. Uwe Berghold, ich danke dir für dieses sehr gute, lange Interview mit einer schwierigen Vorgeschichte, aber ich denke, wir haben es super hingekriegt. Danke und an unsere Zuschauer weitere Infos über deinen Fonds gibt es in der Videobeschreibung und wer möchte, kann dich ja über Goldseiten oder per E-Mail kontaktieren. Vielen Dank, Jan. Grüße auch die Zuschauer, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Danke und bis bald. Tschüss. Tschüss. Musik Musik